Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 29. November 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1126. Und ja, heute wird es politisch, aber auch nur ganz kurz. Ich bin happy nach dem Sonntag gestern. Dankeschön Schweiz. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich habe heute die folgenden Themen. Spionage, Pixel 6 und Ikea. Deren nur drei und das ist auch gut so, denn wir starten langsam in die neue Woche. Zum einen, Ende der letzten Woche erst gerade angesprochen, die Spionageangriffe, die Geschichte, die, ähm, ähm, dass, dass, dieses, ähm, genau, wie heisst es jetzt nochmals? Pseudo, ne, nicht Pseudopei, ich weiss nicht mehr, wie sie heisst. Die Spionagesoftware, mit der man, ähm, auch unter anderem Apple iPhones hat infiltrieren können aus Israel, gegen die ging ja Apple vor. Zum einen haben sie gesagt, dass sie eben in die Richtung klagen möchten, aber auch, dass sie in Zukunft für solche Pishing-Angriffe, für solche Angriffe generell, für solche Einblicke eine Nachricht ausgeben werden, wenn das eben der Fall ist. Das ist jetzt schon nach wenigen Tagen passiert. Mehrere Aktivisten aus Ghana, aus Thailand, aus Uganda und El Salvador berichten, dass sie von Apple solche Warnung bekommen haben, dass eben ein staatlich geförderte Spionagesoftware ihr Smartphone und somit ihre Tätigkeit, ihre Gespräche, ihre Schreiben, etc., alles, ähm, ja, rausgefiltert haben, rausgefischt haben, wie auch immer. Schade, unschön, ähm, da muss noch einiges gehen, würde ich doch sagen. Weiter geht es mit dem Google Pixel 6, da haben sich nämlich die ein oder andere Person gemeldet in diesem Internet, auf diversen Plattformen, in Foren, etc., dass das Google Pixel 6 langsam auflädt, also wenn man es mit dem Stromstöpsel, dem Kabel und dem beigelegten 30-Watt-Teil auflädt. Bei Android Authority hat man das Ganze dann ausgemessen und herausgefunden, dass es nicht mit 30 Watt auflädt, sondern nur mit 21, respektive teilweise 23 Watt. Und gegen Schluss, also wenn der Akku sich mehr füllt und immer mehr füllt, sogar noch längsamer. Weshalb ist das so? Google sagt es ganz einfach, wir hatten zwei Möglichkeiten, entweder ganz viel und schnell Strom rein und somit schnell der Akku gefüllt oder wir lassen euch eine lange Lebzeit beim Akku, sodass ihr auch die ganzen Updates, die bei diesem Pixel kommen, über Jahre, auch noch mitbekommen könnt, ohne dass ihr einen neuen Akku kaufen müsst. Ja, finde ich vernünftig, ist ja auch der Apple Way, denn auch die könnten natürlich mit ihren, ähnlich wie Hersteller wie Oppo und andere Hersteller, OnePlus wäre es da noch mit dabei, mit 65 Watt Strom da reinschiessen, im nächsten Jahr sogar mit 125 und dafür wahrscheinlich dann eben nicht so eine lange Lebenszeit bekommen. Finde ich irgendwie vernünftig. Und wenn man es richtig timet, über Nacht lädt sich sowas dann sehr angenehm. Genau. Ikea läutet die Ende oder das Ende der Kunststoffverpackungen ein. Es wurde schon mal irgendwas in die Richtung geteasert vom schwedischen Möbelhaus, nachdem in der letzten Woche Amazon berichtet hat, dass sie weg von Plastikverpackungen möchten, hat das jetzt eben auch Ikea weltweit vorausgesposaunt. Bis und mit im Jahre 2025 plant Ikea nämlich die ganzen Verpackungen, Kunststoffverpackungen loszuwerden. Bis 2018 will man beim bestehenden Sortiment von den ganzen Plastikverpackungen sich abtrennen. Das ist natürlich vernünftig, wie ich finde. Ich habe mich auch schon mal geschnitten am einen oder anderen solchen Plastikverpackungsmaterial. Was daraus auch ziemlich eindrücklich herausgekommen ist, Ikea gibt jährlich etwas mehr als eine Milliarde Euro für Verpackungsmaterial aus, egal ob Karton, Plastik und was da noch alles so mit reinkommt. Das ist natürlich schon recht heftig und damit kommt Abfall oder Verpackungsmaterial zustande im Wert von, also im Wert von, im Gewicht von 920 Tonnen. Das ist ja unglaublich hässlich, was da alles mit zusammenkommt. Wir sollten nicht ganz so viel konsumieren, glaube ich, irgendwie und das sagt man nach dem Black Friday. Aber es ist leider so, denn wir müssen zu unserem Planeten schauen. So, jetzt wie gesagt, genügend politisch und genügend alles drum und dran. Ab der nächsten Episode gibt es wieder tägliche Technik-News ohne dieses Politisierens, hoffe ich doch, außer es ist nötig. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi, tschüss. Hört mehr Geek Talk.